Weil ich jetzt mal kurz was ausprobieren muss, weil ich jetzt was eingestellt habe auf Streamlabs, dass ihr mir in nächster Zeit auch, nur wenn ihr wollt, was spenden könnt. Das will ich jetzt mal kurz gucken, ob das geklappt hat, weil dann würde ich mir einfach kurz selber was spenden. So. Machen wir jetzt einfach mal. Fisi, Paul, ja, was geht. Kann ich mit dir spielen? Ähm, das wird jetzt nur ein ganz kurzer Stream, weil ich jetzt was... Weil ich... 199 Abos, ja. So. Ich hoffe, wir sind da fünf Leute, alter. Was geht denn, boah, ich ab. Jo, Kuss, geh raus, alter. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass so schnell Leute kommen. What? Kann man jetzt spenden? Ja, ihr müsst einfach nur unten, ne? Wartet. Also natürlich nur, wenn ihr wollt, es ist kein Muss. Ihr könnt gerne spenden. Ihr müsst nicht, es ist einfach nur ein Muss. Äh, äh. Oh, Leute. Ihr könnt, also ihr müsst nicht spenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr spenden. Ich würde mich drüber freuen und... Warum hast du 199 Abos, äh, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht wieder an der D-Abonite. Also es ist kein Muss. Ihr könnt natürlich... Zeit, please shop. Ja, kein Problem. Geh mal auf Golfschläger. Dann auf Sound. Ist natürlich kein Muss, dass ihr mit spendet, aber ihr könnt's gerne machen. Äh, dann können wir in nächster Zeit auch mal... Ich kauf ihn, okay? Können wir in nächster Zeit vielleicht mal... Abo zocken, keine Ahnung, was ich... Was machen, um Geld... Dann geht kein Problem. Filsin. Ja. Und ja. Soll ich auf anderen Count und abonnieren auf Fähre wäre, wäre geil von dir. Ico 12 10 Streue Moin was geht. Also ob jetzt so viele Leute... Nein, jetzt bin ich wieder gesch... Es geht eigentlich bei euch einen ab. Soll ich 200 Abos machen, wäre Ehre von dir. Würde mich absolut freuen. Ich glaube jetzt müsste es sogar gehen. Kuss für mich 200 Abos voll. Kuss geht raus. Ich habe gemacht Glückwünsche zu 200 Abos. Danke. Kuss geht raus mit 200 Abos. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kuss geht einfach nur raus. 202 Abonnenten. Alter. Jo, was geht mir durch ab, Alter. Das war jetzt einfach nur... Kannst du mich adden, Hi-See? Ja, natürlich kann ich dich adden. Ich brauche... Achso. Okay. Ich brauche... Annulieren. Auf anderen Account. Achso. Passt. Danke. Kein Problem. Danke nochmal für den Abo. Ich muss mich bedanken. Nicht du. Natürlich könnt ihr mir auch gerne was spenden. Ihr müsst nicht. Es ist wirklich kein Muss. Aber ihr könnt es natürlich gerne machen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Unten... Unter... Unter mein... Wie heißt das? Keine Ahnung. Unten in der Beschreibung ist noch... Der Spenden Link... Reinkopiert worden von mir. Da könnt ihr mir gerne was spenden. Ihr müsst nicht. Ähm... Wenn ihr nicht wollt, dann... Dann macht's auch bitte nicht. Und... Ja. Kannst du mich einladen? Eigentlich war... Ja, komm. Ich spiel'n paar Runden. Jo, wir haben sechs Zuschauer, Alter. 2,3 Abos. Kuss. Geht einfach raus an die ganzen... Lili. Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich pü... Alleria. Okay. Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich pü... Ich habe drei Accounts... Ah, ja. Welcher Season spielst du? Ende Season 2 Ich spiel seit Season 7 Okay Zeig mal Skins Ich hab auch nicht so viele Skins 23 Ich hab ja 21 Ich hab mir früher noch nicht so viele Fortnite gekauft Deswegen hab ich nicht so viele Skins Und ein paar unten zocken, oder wie? Ich drei Skins, aber wie viel habe ich eigentlich? Eins, zwei. Eins, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, ja, bei 18 bin ich stehen geblieben. Okay. 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 Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.